Hans-Peter Kuhn hat empirische Studien zusammengetragen und vier Thesen überprüft, wie die Schule Jungs benachteiligen könnte. Erstens werden Jungs von Lehrpersonen schlechter eingeschätzt. Jungs werden seltener vorzeitig eingeschult, müssen häufiger Klassen wiederholen und verlassen häufiger die Schule ohne Hauptschuleabschluss. Mädchen erhalten bei Zeichenleistungen etwas bessere Noten und leicht häufiger eine Gymnasialempfehlung. Wahrscheinlich, weil die Gesamteinschätzung durch die Deutschleistungen geprägt ist, in denen die Mädchen etwas besser sind. Insgesamt zeigt sich also tatsächlich eine leichte Benachteiligung, allerdings nicht durch Voreingenommenheit gegenüber Jungs, sondern durch die besseren Deutschnoten der Mädchen. Zweitens gibt es eine feminine Schulkultur, welche die Jungs benachteiligt. Der Anteil weiblicher Lehrpersonen steigt kontinuierlich an. Entsteht nun ein weiblich geprägtes Schulbiotop, welches den Bedürfnissen der Jungs nach männlichen Identifikationsfiguren, Konkurrenzverhalten, Sach- und Technikorientierung nicht entspricht. Die wenigen großen Studien, welche dies untersucht haben, fanden keine Zusammenhänge zwischen dem Geschlecht der Lehrperson und dem Engagement oder der Leistung der Jungs. Zudem waren Mädchen auch früher besser in der Schule, als es noch mehr männliche Lehrpersonen gab. Die These von der männerfeindlichen feministischen Schulkultur ist also reine Spekulation und wird derzeit nicht durch Forschungsergebnisse gestützt. Drittens werden Jungs durch ihre Sozialisation benachteiligt. Nach Reinders und Hofer zeigen Mädchen mehr intrinsische Motivation, mehr Lesefreude, sie arbeiten mehr für die Schule, auch mit ihren Freundinnen zusammen. Jungs interessieren sich mehr für Musik, Gamen, sie wollen wissen, wie man flirtet oder schummelt. Außerdem zeigen sie häufiger problematisches Verhalten wie Stören, Schwänzen oder Gewaltanwendung. Jungs haben ein höheres Selbstkonzept und mehr Durchsetzungsfähigkeit. Dies geht allerdings immer einher mit dem Risiko eines Bildungsnachteils, da ihre Interessen, wenn sie diese durchsetzen, häufig nicht in Richtung Bildungserfolg führen. Viertens werden Jungs durch Kontextfaktoren wie Arbeitslosigkeit benachteiligt. In Deutschland geht hohe Arbeitslosigkeit einher mit tieferer Bildungsbeteiligung der Jungs. Die PISA-Studie hat nachgewiesen, dass regionale Arbeitslosigkeit die Matheleistungen der Jungs stärker beeinträchtigt als die der Mädchen. Es scheint, als ob schlechtere berufliche Aussichten die Anstrengungsbereitschaft bei den Jungs stärker senken als bei den Mädchen. Warum das so ist, ist jedoch nicht geklärt. Fazit. Man kann eine leichte Benachteiligung von Jungs nachweisen. Diese stammt allerdings nicht von einem femininen, männerfeindlichen Schulumfeld. Mädchen interessieren sich einfach mehr für schulische Dinge, arbeiten mehr für die Schule und haben bessere Lesekompetenzen. In der Folge haben sie eine höhere Bildungsbeteiligung und werden etwas besser eingeschätzt bei gleichen Gesamtleistungen. Insgesamt sind jedoch die Gemeinsamkeiten zwischen Jungs und Mädchen deutlich größer als die Unterschiede.